Die Wache hat inzwischen den Gefangenen in ein enges, dunkles, gewölbtes Verlies im alten Gebäude des Heiligen Tribunals geführt und hinter ihm die Tür geschlossen. Der Tag vergeht, die Nacht bricht herein, die dunkle, glühende, atemlose Nacht Sevilias. Die Luft ist voll vom Duft des Lorbeers und der Zitronenblüte. Um Mitternacht öffnet sich das eiserne Tor des Gefängnisses und der Großinquisitor tritt leisen Schrittes herein. In der Hand hält er ein Licht. Er ist allein. Hinter ihm schließt sich das Tor. Er bleibt am Eingange stehen und zieht ihm lange ein bis zwei Minuten lang ins Gesicht. Dann tritt er näher heran, stellt den Leuchter auf den Tisch und spricht zu ihm, »Bist du es?« Da er keine Antwort erhält, fügt er schnell hinzu, »Antworte nicht. Schweige.« »Was kannst du auch sagen? Ich weiß sehr gut, was du sagen willst. Doch du hast kein Recht, auch nur ein Wort von dem hinzuzufügen, was einst von dir selber gesagt worden ist. Warum bist du gekommen? Uns zu stören? Denn dazu bist du gekommen. Du weißt es selber. Weißt du aber auch, was morgen geschehen wird. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich will es auch nicht wissen, ob du es wirklich bist oder ob du nur seine Gestalt angenommen hast. Aber morgen werde ich dich richten und verurteilen und dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen als den gefährlichsten aller Ketzer. Und dasselbe Volk, das heute dir die Füße geküsst hat, wird sich morgen auf einen Wing von meiner Hand hin zum Scheiterhaufen stürzen, um dort die Kohlen zu schüren. Weißt du das? Es ist möglich, dass du es weißt,« fügte er hinzu, ohne auch nur eine Sekunde den Blick von dem Gefangenen zu lassen. »Ich verstehe nicht, Ivan, was das heißen soll,« unterbrach ihn lächelnd Aljoscha, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte. »Ist das Ganze nur die uferlose Fantasie oder eine Verwirrung im Kopfe des Greises, ein unmögliches Quiproquo?« »Nimm das Letzte an,« lachte Ivan, »wenn dich der zeitgenössische Realisme schon so verdorben hat, dass du etwas Fantastisches nicht mehr vertragen kannst. Wenn es ein Quiproquo sein soll, meinetwegen. Es ist wahr, der Greis zählt neunzig Jahre und hat somit Zeit gehabt, den Verstand zu verlieren, war seine Idee.« Zudem konnte ihn der Gefangene auch durch sein Äußeres aus der Fassung bringen. Vielleicht aber ist es nur der Wahn, das Fiebergesicht eines neunzigjährigen Greises vor dem Tode. Das Gehirn hat sich vom Autodafé der hundert verbrannten Ketzer erhitzt. Ist es aber nicht ganz gleichgültig, was es ist, ob ein Quiproquo oder ein uferlose Fantasie? Es handelt sich jedoch nur darum, dass der Greis sich ausspricht, dass er endlich einmal nach neunzig Jahren davon laut redet, worüber er neunzig Jahre lang geschwiegen hat. »Und der Gefangene schweigt, sieht ihn an und sagt kein Wort?« »Unbedingt auf alle Fälle,« lachte Ivan, »der Greis hat ihn doch selber darauf aufmerksam gemacht, dass er gar nicht einmal das Recht habe, etwas zu dem hinzuzufügen, was von ihm schon gesagt worden ist.«